Ein russisches wassergekühltes schweres Maschinengewehr Maxim 1910, 1944 Baujahr von der russischen Armee, Kaliber 7,62 x 54 Rand und mit Gurtzuführung, kann man probieren was funktioniert. Was nen Spaß, macht schon was her. Hier das blaffettiert ist. Alles schön Gummihammer Technik. Das ist russische Technik hier. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das russische Maxim 1910 schweres Maschinengewehr. Okay. Funktioniert auch nach 100 Jahren noch. Unglaublich. Geiles Teil. Die wandert jetzt nach unten in den Lauf und dann müssen wir die zweite, dass ihr die auch greift. Und dann ist gut. Und jetzt ist gut. Das war's. 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 Das war's.